Herzlich Willkommen in der Verhaltung von Bundespatienten. Ich glaube ich habe die Kopf gedrückt. Ja, es geht weiter. Wir haben Action. Wir haben Gäste, sagt man so. Ich will mal in Höhe gehen. Da waren wir noch nicht gewesen. Oha, das ist ein Nest. Ich will nicht sterben. Erstmal abhauen. So, Plan. Nachladen. Die Tür werden so locker. Ist doch nicht normal. Ich habe keine Munition. Jetzt kommt noch die Hände. So, komm mal dichter ran. Ja, die ist bei allen Munitionen. Da sind wir viel. Da kommen die Hunde. Nächsten. Da sind wir 16 und die Tabletten nehmen. Ich hoffe ich ist gut, aber ich hoffe ich nicht halte. Das ist gut. Ja, wie gesagt. Die Grundrevolution mehr damit wir zum Ende die Ventilung geschafft haben. Ich weiß nicht. Dann heißt die Kisten noch durchsuchen. Und dann... Das war es dann für heute. Das war es dann für heute. So. Aus ihm aus. So. 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 die Kisten durchsuchen, die oben. So, das von da zu kriegen. Das kommt nicht hoch. Da ist sie. Was zu futtern? Die müssen ein bisschen noch auffriffen. Gesundheit. Das war nicht schlecht. Knochen. Ein bisschen Wasser. Und D. Sitten. Lernen. D. 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 D Vel. D. dann müssen wir gucken möchte ja auch voll sein ich wünsche mal allen schönen sonntag eine erste woche bestanden Ich ja. Ey, das ist gut. Auflauen und Pillen. Pillen sind auch gut, auch kann man keine erstatten. So, da war's ruhig. Ja, aber nicht alleine. Ja. Wie ist das denn? Das war's für heute. Super, ich wollte gar nicht. Lass ihn mal ein Boot buddeln und tun, ne? Gut, der gibt mir Ruhe. Der nervt nämlich. Kann ich mir nicht konzentrieren. Manche herz. So, gehen wir hier in den Büro rein. Gibt es hier wirklich Wasser zu holen? Blei war richtig. Oh, Munition ist gut. Ich bin voll, ne? Ich bin voll. Das kann ich raushauen. Stiefel. Warum? Sagt der, was kann man bauen fern? Jacke, ne? Oder Hose. Ah ja. Ich hab keinen Parkstoff. So, Messing. Ich bin voll zuerst alle. Ich bin voll zuerst. 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 Mann, eine Flasche Wasser. Gibt es doch gar nicht. Ich muss mich stärken. Das war scharf. Ich bin voll. Die Kiste auch nehmen, die Elektronik und er geht nach Hause. Oh ja, Papier, ganz vergessen. Das kriegen wir noch mit. Vorher noch Scherm. Da. Da. Ich glaube, es sind aber keine mehr. Da. 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 Alles klar. Tschüss. Wo geht es hier raus? Da nicht. Hier geht es raus. Wuppelt. Ich bin noch nicht der Meinung, dass ich sterben will. Die Produktion für MG ist wie alle. Die Produktion, ja, kann man nehmen. Ist ja nicht so prickel. Die Ausbeute war ja auch bescheid, kann man sagen. Die Vollbolan sind wir auch. Die Produkte sind noch leer. Aber außen einpacken ist ja auch gut. Meistige Grunde. Manchmal kann ich natürlich auch nicht tun. Kühler ausbauen, ne. Die fahren wir jetzt zurück. Es ist eh schon spät. Halb 10 Uhr. Die werden nämlich um 10 Uhr schneller. Und das ist wirklich unkürzlich. Weil es Gas geht. Die werden jetzt auch warm. Aber hier sind es auch. Beziehungsweise. Fenster auf. Temperaturen. Gerne. Extra 100 Grad. Ja. Sondern Monitore und Computer. Gute Heizung. So. Nach Norden muss ich. Das haben wir geschafft. Jetzt sind ja auch nicht alle gehen. Reichen. Ah. Keine Ahnung. Sehen wir, unser Heiz schon kommen. Die Zeit haben wir jetzt. Ich würde es erzählen. Kaffezeit. Gleich kurz zur Pause. Kaffe. Ja. Also sieh' noch mal eins zu kommen. Ja. Möchte ich auch halt hier eine gute Kumpelmachtzeit. Und die Leute sollten gucken, dass wir uns nachher rechnen, ne. Nach Fragen aufstehalten. Umfahren sind gewacht. Präparieren vor allem, das kommt richtig erst nachher Da ist die Brücke, hier ist unser Überschweingrüsen, hier wird keiner warm Ich wollte mal pflanzen, ich wollte mal pflanzen Wie klein ist das hier? Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht Na, ich möchte draußen keinen Ton mehr geben Also, wir warten So, sind wir erstmal sicher, ne? Anführungszeichen So, läuft Bleiben wir an, der Munition Kann sich rein Ist nicht viel Warte, ich will ein Holz hier, oder? Ab jetzt ist das noch so Andere ist Holz rein Gleich mal einschmelzen Das zieht da nicht rein Rohstoffe Blei haben wir nicht gehabt hier Fleisch auch dafür Die sind auch Rohstoffe Also nicht Knochen Fleisch unterbraten So So Klappt sich noch verbraucht, ne? Hier Hier haben wir 32 Da haben wir jetzt Schiedsprobe Und ein Paket Was ist das denn? Was ist das denn für heute gewesen sein? Das war mal schön und die Gebiete schon aus ja es geht weiter morgen früh mal früh tschüss und schönen Tag für's Reinschau